Ja, da sind wir wieder bei einem neuen MicroVoltz Let's Play. Wieder mit Laser21. Laser, das heißt Laser, ja? Okay, Lars, ich kann nicht starten. Dann warte ich noch eben, bis einer kommt. Und dann starte ich auch. Ja, ich bin hier Erster mit Null Kills. Ist schon eine Meisterleistung. So, jetzt bin ich auch drin. Ist bei mir? Ich bin Erster mit Null Kills, also schon eine Meisterleistung. Nein, was guckst du? Ist Erster mit Null. Hey, was guckst du jetzt bei uns? Was guckst du? Was guckst du, was guckst du? Ah, der war jetzt wieder witzig. Klang ist gesteckt. Ja, ich hab Klang versteckt. Wollte ich bevor es wieder gerne Kasper. Ja. Ja, immer bisschen leckerer. Was geht da? Aber scheiße, Alter! Scheiße, Alter. Alter, ich rass dir grad so aus, ne? Ich kill jetzt alle. Du siehst gar nicht, wie viele Kills ich mach. Fantastisch. Das ist schön, wenn du kriegst hier, wenn ich halt auch aufrollen, Alter. Die kann mich nicht snipen. Das wird so blöd, ach, hier. So, jetzt mal. Scheiße! Scheiße! Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Darum steht... Unglaublich! Alter, du hast acht Kills, du Hacker! Acht Kills, nur das. Was? Oh mein Gott! Was kommt... Oh mein Gott! Hatte ich noch nie. Ja, fail! Weißt du noch... Oh mein Gott! Schafft man das nicht! Nein, ich krieg mich jetzt nicht auf, weil ich aber gut bin. Hä, du musst da in den Base. Die sind richtig schlecht. Ich hab acht Kills... Neun Kills sogar gemacht da. Alter, was sind das für Noobs? Die passen ja gar nicht auf. Die ducken sich ja nicht mehr, wenn sie hinter diesem blauen Ding stehen. Ja, ne? Fail. Boah, ich wär fast in Lava gefallen. Äh. Genau. Die Minecraft sucht die... Nein, ich wär fast in Dingens gefallen. In Wasser. Boah! 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 Scheiße! 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 Ja, ich hab ja 22. Ich würde mich nicht wundern, wenn das der Jakob ist. Da habe ich auch nicht der Wegdorf. Hat dich angerufen? Nein. Ach so, da ist mein Gegner. Ich hab das Geld nicht angerufen. Ich hab das Geld gar nicht. Alter! Ich hab das Geld gar nicht. Ich laufe hier jetzt mit meinem Hotdog hier längs. Hotdog! Ich wohne schon wieder gesnackt. Das ist so schön. Kommst grad aus deinem Spawn? Hört sich nicht mal schön, was du gesnackt hast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich freue mich Gott so total! So, hier, ich helfe dir mal ein bisschen. Ah, wäre ganz praktisch. Das ist auch nicht. Was willst du, ne? Na? Trifst nicht. Trifst nicht. Trifst nicht. So, komm, wir schnitzen die jetzt hier weg. Na? Ich laufe hinter dir, siehst mich gar nicht. Alter, der schießt die ganze Zeit auf den Boden. Der steht vor mir, schießt auf den Boden. Ich hab mein Messer, warte, bis der Spawnschutz von ihm weggeht. Wir übernehmen hier die Base von denen. Aber richtig, ey. Ich bin tot. Fünf kills. Ist ja schon schlecht, ne? Kap 15 kills, vier der ist, ne? Schon schlecht. Ja, das ist echt. So, ich bin hier hinten. Ich snipe mal vier unsere Leute, ne? Richtig! Nö, Janos 22 ist ein Echtgeldzett. Noten nutzen. Bam, bam! Volltreffer! Guter Schuss. Der spawnt hier wahrscheinlich wieder. Großartig! Alter, die greifen hier nicht mal an. Ich wurde gesniped. Aus kürzester Distanz. Zwar irgendwie ein bisschen blöder, aber mega. Ah, Mann! Der Scheiss hat ganz so gief. Nur beide sind mehr. Fertig! Aber du hast kein Panzer auf dem Rücken. Ich muss nicht mehr auf dem Rücken. Oh, Junge! Das ist eine Lasse, wir stormen den Base. Und ich wurde es nahe. Alter, der steht geschwühten Meter hinter mir. Tja, ich hab Jakob Schlemmer durchgehend. Ach nee, ich will das nicht. Und ich will das nicht. Ja, muss ich sagen. Na? Ein... Ein... Schatten mit dem Katana-Messer. Nein, eigentlich nur sind zwei. Hab ich gerade eben getestet. Ich hab mit One-Hit. Ja, das ist, wenn die schon ein bisschen Leben verloren haben, ne? Okay. Double Kill! Unbelievable! Ich bin dritter. Ultra Kill. War ich schon mal dritter. Hm. Das ist ein bisschen so in der Luft weggekackt, ey. Weggekackt, ey. Mit so nem braunen Strahl, den er da weggerammelt hat. Na ja, komm, komm, Morgel, ich schütte dich eh weg. Ich schütte dich eh weg. Wow... Nie, das ist ein Takob! Wer, Takob. Jakob? Der Scheiß, alter! Hääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää... jetzt noch eine Harte kommen ein freundlich dass sie nicht in der Falle von der Sanktik war mit selbst nur ich bin lieber selbst noch bevor sie mich abschießen die Klinik auch noch nicht mehr an ich möchte ich bin jetzt mal selbst um damit als ich bin ich schon wieder selbst und irgendwie kann ich nicht ich irgendwie verlehrt haben meine Eltern nicht beigebracht die das ist es ja nicht so ein Krüppelroboter und schon wieder, alter! selbst nur Laser 21 zum vierten Mal jetzt schon würde ich dir gerne nachziehen krass die jetzt so aus dieser Ver- fickte Jakob wo ist der wo ist der bewohnt der Wie-Königkeitsch naja jetzt real-labs-kalt mal so warm ich hab ihn kalt gemacht guck steht oben rechts Laser oder Jakob 22 jetzt steht es dann nicht mehr Hallo auf dem Toaster gelegt 12 kills and 14 13 ich hab so ein cooles Schild das setzt sich doch gleich mal toll ein ich gehe damit in die Base von denen oder hier hin Rammel Jakob weg Rammel den hier weg Rammel alle weg haben wir dich ein bisschen angeschossen macht mir aber nichts aus denn jetzt jump ich hier hoch holen wir die Solo raus Guck ob hier einer ist, da ist keiner, will ich meinen Sniper raus Oh, Sniper welch? Interessiert keinen? doch nicht! dich vielleicht, aber du interessierst auch nicht da passt er genau wie du da passt er genau wie du ah krass, hier lässt du aus, ne? Stirb Jakob! Ja! Wuhu! Nein, ich bin tot Ja! Ja, hallo! Ach so, nein! Ja! Und ich trank von dem... Ja! Ich glaub ich bin level up! Ja! Ich bin level up, ich bin level up, ich bin level up, ich bin level up! Ne, ich bin nicht level up, ich bin immer nur noch level up! Ja, das war's wie mal wieder für dieses Microworld Let's Play Ja! Tschüss Lars! Tschüss! 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 Tschüss!